Guten Abend, herzlich willkommen zum Interview. Nächsten Sonntag in einer Woche stimmen wir über eine wichtige Vorlage ab, vor dem Hintergrund der immer wieder steigenden Krankenkasseprämien. Wir kennen es. Es geht um die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Betreuungen, die wir ja hier im Ruhm Biel, mindestens mit Allzentrum, mit Medin und mit Maison de la Santé, die weiter ausgebaut werden, sehr Prominente, künftig vertreten werden in der ambulanten Betreuung. Das Spitalzentrum, das nach Brück zurückgeht, ist ein anderes Thema. Da kommen wir auch noch kurz drauf. Dir raten es vielleicht, ein spannender Gast hier zu diesem Thema bei uns, ist der Christian Schneider, CEO vom Spitalzentrum Billhuter Rammel-Schneider. Noch beheiten. Schön, dass ihr da, Herr Schneider. Vielleicht gleich zum Einstiegen, wie es gesagt hat, am Sonntag in einer Woche, eine ganz wichtige Vorlage. Sagen Sie es, warum? Es ist eine wichtige Vorlage, weil auch gerade in Biel, wo wir Ambulanten sehr stark vertreten sind und auch sehr viele Leistungen machen, dass wir ja sagen dazu, weil die ambulanten Leistungen, die immer mehr werden, den grössten Teil der Kosten ausmachen und nur von der Krankenkasse bezahlt werden. Das heisst, das geht direkt auf die Prämie. Und in dieser Vorlage geht es darum, dass auch der Kanton in Zukunft sich dort beteiligt. Und was die Vorlage auch macht, ist, dass sie sagt, egal was für eine Leistung, ambulant oder stationär, er tut sich immer gleich beteiligen. Also das sind die famosen 73,1% für die Krankenkasse und der Rest für den Kanton. Und darum ist es wichtig, dass wir sozialer werden. Das heisst, der Kanton, der sich beteiligt, macht das über Steuern. Und das heisst, Steuern ist einkommensbezogen gegenüber der Krankenkasse, die eine Kopfprämie ist, wo wirklich alle immer darunter leiden, wenn eben mehr Leistungen gemacht werden. Und das ist normal, wie wir auch mehr in der Medizin machen können. Das heisst aber auch, das heisst auch künftig, mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig und langfristig können wir unsere Krankenkasse, unsere steigenden Prämien, so deckeln bzw. allenfalls senken. Also im ersten Schritt wäre es eine Senkung, weil effektiv die Kantone mehr übernehmen, wenn wir über alles schauen. Aber was man auch, und auch die Bundesrätin hat das ja auch gesagt, es geht darum, dass wir die starken Prämienanstiege, wie jetzt im 25-6%, letztes Jahr sind es Verstachprozenten gewesen, das können wir uns, das können wir der Bevölkerung nicht mehr antun, die schafft das nicht mehr, das zu zahlen. Und wir müssen die Steigerung, und die wird es geben, wir werden älter, wir können mehr, die müssen wir senken. Also wir müssen Kosten im Griff kriegen, und dann vielleicht, ja, vielleicht sind es ein oder zwei oder drei Prozent, aber nicht mehr sechs oder acht. Also, das sind klare Worte für die Ja-Stimme von euch, von Christian Schneider. Heisst aber auch, ihr habt es selber gesagt, die Zunahme der ambulanten Behandlungen. Das ist ein Fakt, das haben wir heute. Man baut entsprechende Infrastruktur auf, wir kommen auch darauf. Das muss ja auch die Zukunft sein, oder? Das heisst, man geht direkter meistens, jetzt oder künftig ist angezeigt, mehr primär ambulant Hilfe suchen, Beratung suchen, allenfalls einen kleinen Eingriff vorzunehmen, als immer direkt auf einen Notfall beim Spital. Also, das ist so der eine Teil, dass wir nicht immer gerade ins Spital gehen, aber für uns ist es noch etwas ganz anderes, nämlich, wir möchten Spital, also stationäre Fälle, das möchten wir weniger haben, weil es ambulant auch günstiger gemacht werden kann. Also, wir sind bereit, sagen wir mal so, einen Teil von unserem Umsatz aufzugeben und sagen, nein, nein, anstatt, dass wir 5'000 oder 8'000 verdienen, weil der Patient im Bett liegt, das ist halt auch teuer, braucht mehr Ressourcen, machen wir das ambulant und dann kostet es halt nur noch 4'000 oder 3'000. Das ist auch ein Gewinn für das System. Und wir haben die gleich gute Medizin. Es ist ja nicht, also, wer will denn schon im Bett liegen? Also, die Idee ist wirklich nur noch die Zahl, die wirklich meinen und alles andere ambulant sind. Darum haben wir ja natürlich da jetzt am Bahnhof in Biel sehr viel investiert. Wie sieht Biel aus im nationalen Vergleich? Wir haben ja gesagt, im Bahnhof, das Medin, bestens bekannt natürlich schon, gross, modern und jetzt, La Maison de la Santé hier hinten am Walserplatz, auch gross. Wie sieht Biel aus im nationalen Vergleich? Ich meine, es braucht entsprechend die Infrastruktur zusehends mehr, damit man in diese Richtung arbeiten kann, würde ich sagen. Wo mein Verwaltungsgerät mit mir zusammen das entschieden hat, dass wir investieren am Bahnhof, sind wir schon, sind wir noch sehr früh gesicht. Es gibt zwei Spitäler in der Schweiz, die das machen. Das ist einmal das Unispital Zürich. Die haben am Flughafen ein grosses Ambulanzzentrum gebaut und danach kommt gerade Biel. Also, wir sind dort Vorreiter in der Ambulantisierung. Haben auch ein bisschen pokert, müssen wir auch dazu sagen. Aber was wir merken, ist, das geht auf. Es ist erstens günstiger und zweitens ist es auch effizienter. Das heißt, ich brauche weniger Pflege, weniger Ressourcen. Und für Biel wird das sicher eine ganz besondere Attraktivität sein, weil die Leute wollen dort sein, wo sie einen einfachen Zugang zur Gesundheitsleistung haben. Gesundheit ist der Schweizer und Schweizerinnen sehr wichtig. Ich sage es da auch so immer ein bisschen walk-in, oder? In New York kennen wir ja das, in den Med-Centers, in den City-Centers. Es ist schon eine walk-in-Medizin in diesem Sinne. Es ist auch eine walk-in-Medizin ohne Termin. Wir haben ja auch schon einen sogenannten walk-in. Es ist wie eine Notversturzion für kleinere Sachen. Das ist der eine Teil. Aber es gibt auch ganz viel, was geplant ist. Sie müssen zu einem Spezialisten, sie müssen zum Kardiologen. Da können sie den Termin haben. Wir können alle Untersuchungen machen. Und dann sagt der Kardiologe, ich brauche hier noch einen anderen Spezialisten. Wir haben das praktisch in der Türe nebenan. Und wenn etwas wirklich gravierender wäre, dann hätten wir natürlich das Spital im Bäck dran. Kommen wir zu dem. Jetzt ist es noch oben im Bummel. Und schon bald ist der Spatenstich in Brücken. Alles ist soweit bereinigt. Und eine tolle Geschichte, die wir hier mit erleben. Sie sind seit sieben Jahren, wenn wir nicht alles täuschen sind. von Spitalzentrum Biel. Eben. Vieles mit euch und eurem Team gewachsen. Unter euren Imposen. Und jetzt so eine tolle Geschichte. Also da freut ihr mich auch entsprechend. Ich habe eine Folge, oder? Also ich strahle da. Immer wenn ich darüber reden darf, das ist natürlich für die Stadt, für Brücken, für die Region ist es enorm wichtig. Dass wir eine moderne Infrastruktur haben. Wer das Spitalzentrum Biel in Beaumont kennt, weiss, das ist nicht mehr das Modernste. Es ist ganz toll, dass es über 84 Prozent sind. Das bewiesst uns, dass die Leute das möchten. Dass sie daran glauben, dass das funktioniert. Es wird kein Riesespital, das muss man dazu sagen. Eben, wir wollen ambulantisieren. Es wird auch kein extrem teures Spital. Aber es ist genau, es ist am richtigen Ort, auch für die, für das Jura-Bernois. Ich meine, über die Umfahrung ist das hervorragend angeschlossen. Und wie gesagt, gibt es die Stadt natürlich dann auch die Möglichkeit, sich nur mal zu entwickeln im Beaumont-Quartier, was ja wunderbar ist, zum Wohnen und auf Talbeblick, aber sicher nicht mehr für ein Spital. Das ist ein anderes Politikum, das habe ich schon mal darüber beschrieben. Das ist klar, wo unsere Meinung liegen. Wir haben euch auch gelesen, wichtig, tolle Lager, heisst auch guten Wohnraum, in Klammer, auch die angefügt, für auch gute Steuerzahler, wieder mehr nach Biot zu ziehen, wichtig für die städtische Finanzen. Wir haben im Kanton Bern, alleine, überall die Spitäne, wir haben in Arberg, in Regionenspital, wir haben in Klinik Linde, etc., Privatklinik, notabene, wir haben in Berner Jura-Spital. Die künftigen Strategien, also die Ausrichtung, dass man ein modernes Zentrumsspital hat, wie der ist jetzt in Bauer in Brück, und dann Ambulatorien, ist das die Zukunft von der Schweizer Medizin? Das ist ein Stück weit die Zukunft, dass man sagt, man hat in der Region ein grösseres Spital, was aber nicht heisst, dass alle anderen Spitäler gerade zu gehen, sondern es gibt eine Transformation, eben die ambulanten Zentren werden sich entwickeln, eben weil es dort herangeht, sich aber auch Spezialisierung in den anderen Kliniken, aber wie gesagt, es wird ein Zentralisierer geben. Hilft euch der Kostensenkung von den medizinischen Kosten? Ja, auf jeden Fall, weil es gibt an zwei Seiten, wo es hilft. Es sind weniger Kosten, wir werden aber zu wenig Mitarbeiter und Spezialisten haben, also wir müssen sowieso konzentrieren mit dem Pfleckmangel, den wir haben. Das ist eben der zweite Punkt, warum es wichtig ist, dass wir ja sagen zu dieser Abstimmung. Ganz auf Schluss, wir haben nur noch 30 Sekunden, ich höre es gerade in Regie, ganz kurz, ganz kurze Frage, was ist faszinierend bei eurem Job, euer Job als hier? Oh, was faszinierend ist, ich sage, sie machen etwas Sinnvolles und es ist nicht nur der Sinn, den wir haben, sondern wir können auch kreieren, auch unter dem System, das nicht ganz einfach ist, es macht jeden Tag Spass, mit meinen Leuten etwas für die Bevölkerung zu machen, etwas Neues aufzubauen und was auch Spass macht, ich kriege ganz tolle Rückmeldungen und das tut natürlich einem auch im Herzen gut, Dankeschön, ja. Wunderbar, sagt der Christian Schneider, wir glauben es, die strahlen es aus, merci vielmals für den Besuch und für die Umsführung. Dankeschön, dass ich auch hier sein durfte. Voilà, das war es, Christian Schneider und Sie auf dem Spitalzentrum Bio, wir sind gespannt, La Maison de la Santé ist bereits gestartet, der Boz, mit ihm kennen wir bestens, wie die Zukunft aussieht und am 24., wie schon gesagt, am Sonntag eine ganz wichtige Vorlage für die einheitliche Finanzierung. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, schön, Sie dabei waren, bis dann immer, gute Zeit.